Willkommen bei der Hügli Bahnhof Garage Berikon. Wir sind Ihr sympathisches Autohaus auf dem Mutschellen. Als familiengeführtes Unternehmen haben wir früh verstanden, dass unsere Kunden unser höchstes Gut sind. Wir sind Ihr kompetenter Dienstleister beim Kauf eines Neu- oder Gebrauchtwagens und unterstützen Sie bei allen weiteren Fragen rund ums Auto. Persönliche Beratung und zufriedene Kunden sind uns besonders wichtig. Profitieren Sie laufen von attraktiven Angeboten, egal ob Neu- oder Gebrauchtwagen. Qualifizierte Spezialisten sorgen in unserer Werkstatt für besten Service, rasche Reparatur und optimalen Fahrzeugunterhalt. Selbstverständlich können Sie bei uns auch Ihre Reifen wechseln lassen. Auf Wunsch lagern wir die Ersatzpneus fachgerecht in unserem Lager ein. Unsere Portalwaschanlage garantiert schnelle Sauberkeit ganz ohne Bürstenkratzer. Ihr Auto strahlt wieder wie am ersten Tag. Und das Beste daran, waschen Sie Ihr Auto wann immer Sie wollen. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das Team der Hügli Bahnhof Garage in Berikon freut sich auf Ihren Besuch.